Herzlich Willkommen zum zweiten Tag von Back of Trade Show TV anlässlich der SPS 2021. Wir starten heute mit einem beeindruckenden Produktjubiläum. Seit 25 Jahren schreibt TwinCat eine durchgängige Erfolgsgeschichte, die auch in diesem Jahr mit interessanten Neuheiten fortgesetzt wird. Josef, 25 Jahre TwinCat Geburtstag. Was machen wir für Geschenke für unsere Anwenderin? Wir haben natürlich den Geburtstag an sich. Seit 25 Jahren TwinCat und noch kein Softwareprodukt abgekündigt. Also auch das, was wir vor 25 Jahren gemacht haben, ist noch verfügbar. Aber natürlich konzentrieren wir uns auf TwinCat 3 und in TwinCat 3, seit zehn Jahren verfügbar, haben wir natürlich viele Dinge neu entwickelt. Und Daniel, du hast jetzt hier wahrscheinlich einige Nächte und Samstage in eine Messewand gesteckt. Könntest du uns mal erzählen, was wir hier sehen? Ja, natürlich. Also auf dieser Messewand präsentieren wir unseren TwinCat BSD Hypervisor, also ein neues Features von unserem TwinCat BSD Betriebssystem. Und der TwinCat BSD Hypervisor ermöglicht es uns, TwinCat Echtzeitanwendungen als auch virtuelle Maschinen auf einem Backoff-Industrie-PC auszuführen. Was wir also an der Wand sehen, ist letztendlich ein IPC 6032, der drei Betriebssysteme ausführt. Zum einen TwinCat BSD als Echtzeitbetriebssystem zur Steuerung der Achsen und des Lauflichts. Dann einmal Windows 10 in einer virtuellen Maschine und in einer zweiten virtuellen Maschine Linux als Gassystem. Die neue EtherCat Messtechnik-Klemme ELM 3002-0205 ist für Hochvoltspannungsmessungen an Batterien, Generatoren und Motoren ausgelegt. Mit Messbereichen bis plus minus 1000 Volt eignet sie sich insbesondere für die Bereiche Elektromobilität und erneuerbare Energien. Mit den neuen Elektrozylindern AA3000 bietet Backoff eine servomotorische Alternative für die energieintensiven Pneumatikzylinder. Wir haben also im Grunde genommen unseren bekannten AM8000 genommen und einen Spindeltrieb hinzugefügt. Das heißt, alle Fähigkeiten und alle technischen Eigenschaften, die der Kunde schon liebt von unseren AM8000, haben wir auch in diesen Elektrozylinder reingebracht. OCT, elektronisches Typenschild, Kompatibilität zu unserer Antriebswelt, zu unseren Drives, den sicheren Geber. Alles ist direkt schon ab Start mit dabei. Morgen werden wir Sie unter anderem über eine neue Embedded PC-Serie und die X-Planar Mover-Rotation informieren.